Einen schönen guten Tag liebe Leute, der Wax hier und willkommen zu einer Runde COD4 auf der Playstation 3. Es ist wirklich die Playstation 3, das steht links oben, da steht Playstation Network, falls ihr es nicht lesen könnt. Ähm, da es gibt immer wieder so ein paar lustige, die schreiben mir in Kommentare unter meine MV3 Online Videos. Ähm, spielst du auf der Xbox oder spielst du auf der PS3 oder, na, verstehe ich irgendwie nicht. Wo ist da bitte eine Tastenbelegung von der Xbox oder von der PS3 Controller, verstehe ich überhaupt nicht. Das merkt auch jede Sau, dass ich auf dem PC spiele, scheinbar aber doch nicht. Ähm, jedenfalls, mit was spiel ich denn? Komm, spiel einfach mal mit der AKU. Vielleicht sich wundert, warum ich COD4 auf der Konsole hab, äh, auf der PS3, weil ich ja, lol. Weil die Xbox wird, äh, ist und wird immer meine Main-Konsole bleiben. Ähm, das hab ich mir, lol, ey. Toll. Das hab ich mir wegen nem Kumpel gekauft, der hat nämlich nur ne PS3. Und, ja. Das ist im Prinzip auch schon alles. Aber nach wie vor ist die PS3 nur für PS3 auch nicht wieder da. Und die Xbox für alles. Scheiße. Und ich bin einfach Xbox-Liebhaber. Und, äh, naja. Auf der Xbox gibt's halt den Gamerscore und auf der PS3 nur die Trophies. Und die machen mir Team nicht wirklich an. Und da oben kämmt einer. Oder? Nee, doch nicht da unten. Komm. Ah, 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 ah. Oh, oh, fuck. Lol, äh, zu schnell für ihn, ne? Da dürfte noch einer kommen? Aber von wo? Wahrscheinlich von hier, oder? Ach, COD4 ist doch so ein geiles Spiel. Wer spielt? Na, obwohl, ist gar nicht so schlecht. Am, 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 am. Damit hab ich noch einen Kill hinbekommen. Aber jetzt erstmal Helikopter. So. Ach, geht doch. Wunderbar. Wo ist deine Waffe? Oh, toll. Das war der, der die MP5 sowieso schon hatte. Ist es gerade einfach nicht gewesen, dass du da vorbeiläufst? Jawohl. Zehner Killstreak. Idiot. Man versucht mich doch nicht zu knifen. Ne, Leute, was geht denn bei euch ab? Nein. Ich glaub's nicht. Mein Zehner Killstreak. Ich kann euch die Scheiß nicht mehr einsetzen. Jetzt haben wir da... Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Das hätte ich nicht machen dürfen. Ihr habt meinen Zehner Killstreak versaut, ihr Penner. Wirklich. Ich weiß nicht mal, was Zehner Killstreak ist. Also, ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Da hab ich einmal wieder eine gute Runde. Wir kommen in einem Zehner Killstreak und da werde ich gekillt, bevor ich hier überhaupt ansetzen kann. Daran bist du schuld. Wo sind denn alle? Unsere ist auch schuld. Fuck. 18,4 hab ich? Ja, hast du ganz ordentlich. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der muss hier irgendwo sein. Wunderbar. Wo? Ah, scheiße. Sichtfeld. Verlass mich nicht. Ach, das Spiel ist so einfach. Wirklich. Viel einfacher als MB3. Aber ich find sowieso auf der Konsolen ist alles viel einfacher. Oh, süß. Airstrike. Haha, self-kill. Lol. Ja, ne? So, das war so ein kurzes Free for All. 25,4. Alles klar. Die Gegner haben sich wirklich gut geschlagen. 5, 13, 6, 3, 7, 6 und 8, 11. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr vielleicht mal mehr haben wollt, nur sagen, ich kann machen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke. Ja.